Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MarioCut 8 Deluxe und wir fangen mit dem Tri-Force Cup an. Erstmal fast versprochen. Und wenn euch natürlich das Video gefällt, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Erstmal wieder den... ey, was mach ich hier immer? Erstmal den Controller an den Tisch angauen. So muss es sein. So, golden. Ich hab das Video schon länger nicht gespielt. Amals dürfte eigentlich kein Grün sein. Hoffentlich zumindest. Zinn ich auch mal fies, diese Kuppe einfach. Da hab ich immer Schiss, dass ich immer... Äh, wie ging das? Habt ihr das gesehen? Irgendwie ist die grüne Kuppa schon irgendwie abgedingst. Obwohl ich nichts... Ja gut, das hab ich jetzt nicht gesehen. Vorne hat er, also man kann ja nur nach hinten. Oder gibt's irgendwie... Oder kann man das doch nach vorne irgendwie... Ihr wisst, was ich meine, so... Aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich was in der Hand habe, dass man das so ablocken kann. Oh, weil die fies ablocken kann. Und irgendwie kommen mir... Geh weg mit deinen Scheiß-Banagen. Gieß mir auf den Sack, Alter. Mann. Das hängt ja eh gut an, ey. Ja, ja, vermöbel den mal. Jo, wir haben ihn jetzt geschafft. Habt ihr das gesehen? Einfach mit Bundle gespielt. Ja, klar. Und jetzt treffe ich sie nicht, oder was? Ja, der betritt ist halt wieder wohl. Ja gut, das liegt nicht an meiner... Also, es liegt an meiner Zielsicherheit. Ich glaube, sie hat das gesehen. Da ist ja nicht so komisch gefahren. Ich rühre gerade. So. Ich glaube, ich bin tatsächlich nicht auch mal hier runtergefallen. Aber es war auf der Wii, als ich bei meiner Freundin das hier gespielt hatte. Ich hatte ja eine Wii. Wegen geldtechnischen Sachen. Meine erste Konsole. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Tag erzählt. War entweder Gamecube oder... Die Wii U, aber ich weiß nicht. Es kann nur sein, dass wir SD-WiU geholt haben und dann praktisch dieser Mann nachgekauft. Aber die hatten wir ja nicht so. Den Gamecube? Ist eigentlich der Artikel, der? Aber das Gamecube hört sich ja voll komisch an, ne? Obwohl die Konsole... Die... Nee, der Game. Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach den gesagt. Ich dachte mir so... Welcher Artikel ist denn bei die Gamecube? Das Gamecube? Der Gamecube? Obwohl, ich finde, der Gamecube hört sich besser an als die. Aber auch egal. Wir sind hier nicht, um Deutsch zu gehen. Na gut, ich darf eher nicht sagen, ich bin schlecht. Das ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt komplett nicht kann. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich in der Schule scheiß Nullen schreibe oder so. Aber ich weiß nicht, so allgemein, so manchmal, da denke ich mir schon so, ah. Beim Rechtschreiben oder so, ich sag mal so Sachen, wo man die Artikel nicht so direkt herausfindet, weil es halt einfach schon schwieriger ist. Also ich dachte, ich wäre schon näher am Rand. Und das ist okay. Und die Strecke finde ich ganz gut. Auch wenn manche sagen, es ist langweilig. Aber ich finde die trotzdem cool. Ich mag das. Dieses Driften. Na komm, Toadie. Ja, dann halt so. Wenn du nicht in meine Luin-Panzer reinfahren willst, dann halt so. Hier fange ich mich immer, wie man ausweichen soll. Ach so. Boah Gott sei Dank, dass ich Gas weggedrückt habe. Und Leute, es ist so mega warm. Es ist für euch auch mega warm. Ich denke schon. Ich fühle mich überall in Deutschland. Es ist mega warm. Ding ist, ich bin ja auch. Oh mein Gott. Mein Zimmer ist auch, ähm. Ich musste erst mal überlegen, wo muss ich jetzt hinfahren. Also, weil man soll ja natürlich nicht da hinfahren, wo die Womps. Ich glaube, ich heiße die Herunterfallen, Jo. Was war das für eine Sicht mit dem Alten? Und warum habe ich es gehalten? Dass man merkt, wo es wieder reinkommt, bin ich zu alt hier, um schnell wieder reinzukommen. Spaß. Aber es ist ja schlau. Und deswegen ist es ja noch wärmer als beim normalen Zimmer. Das können die Leute beschädigen, die auch ihr Zimmer hinter beim Dachfenster haben. Siehst du, da ist es auch. Ich sollte einfach aufhören damit. Polarkreis-Pakur. Die finde ich auch gut. Let's go. Ich hab da einfach jetzt gesehen, dass da so eine Fontäne überhaupt geht. Auch gut. Ja, manchmal ist das so. Manchmal muss man Sachen so bei Videospielen mehr spielen, damit man was sieht. Oder bei Filmen mehr gucken. Das hab ich auch erst letztens wieder gemerkt, wo ich wieder was gesehen hab. Wo ich mir dachte, boah, ich hab den Film schon 40.000 Mal gesehen. Und dann seh ich einfach wieder irgendwas. Meine Stimme bleibt weg. Das ist ein Donkey Kong, der hat's auch mit uns, oder? Okay. Alles gut. Ich hab ja gesehen, wir haben ja fast die 150er CCM denn schon voll. Ey, Wahnsinn. Ich nehme jetzt den Tripos-Cup auf. Den nehmen Blood-Cup auf alle Fälle. Und dann ist ja nur noch der Glocken-Cup. Und dann ist schon fertig. Dann geht's auf, auf die... Auf, auf, die 200. Und da bin ich sehr gespannt, weil da bin ich schon schlechter. Also bei 200, ey, das ist echt... Ne. Unmenschlich. Einfach unmenschlich schlecht. Ich weiß, ich hätte die Hufe betätigen können, aber... Alter, was für... Ich wollte gerade sagen, jetzt triff ich keinen, oder was? Die Feinde wir haben und ich bin zu doof zum Fahren. Was ist hier los? Kann das sein, dass das Spiel gut ist? Ich krieg noch einen, cool. Ja. Ja, jetzt triff ich nicht. Warum nicht? Wow, 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 wow. Jetzt hab ich auch mal ganz viele Bananen. Jetzt kann ich euch alle umnieden. Wenn ich es schaffe, ah, die nehm ich sogar die Abkürzungen. Ich nehm meistens immer nicht die Abkürzungen, weil ich mir so denke, hm, schaffst du nicht. Sorry, war wieder mein Controller. Weil ich weiter vorgehört bin, einfach... Ich hab mich schon gefragt, so was ist... Ich denk mir immer so, wenn ich... Ich hab diese Bilder, ne, wo die Cups immer sind. Ich hab die zigtausendmal gesehen, weil ich dieses Spiel, zumindest auf der Wii U, so oft gespielt habe. Hier ja, logischerweise noch nicht, weil ich mir das ja erst... Also ich hab's mir eher zum Weihnachten gewünscht, glaube ich, ne? Ja. Also sprich, Karten, hab mir halt von den Karten... Von dem Guthaben von der Karte Minotien geholt. Oh, Alter. Da hab ich mir den S geholt, aber den, glaube ich, erst nach nem halben Jahr ist wirklich richtig gespielt, weil er einfach keine Zeit hat hier wegen Schule und so. Und deswegen... Was war das denn? Ach, krass ist... Du dürftest es oder... Einfach egal. Einfach weiterfahren. Ich find den Sound auch so cool. Richtig schön. Detail-like. Jetzt auf einmal voll ruhig, was ist denn los? Eben, du fühlst die größte Partyn jetzt auf einmal mega leise. Also nicht. Ja, manchmal komm ich... ... mit dem Guthen nicht so, ja. Also das heißt nicht so klar, also ich mach dann so, ne? Und dann, irgendwie, weil ich mich verdrücke oder irgendwas anderes ist dann, dann verkacke ich's. Ja, gut, jetzt... Guck mal so. Ich werd jetzt mehr darauf achten, ich knüpfe richtig zu drücken. Weil manchmal ist das so, dann bist du so im Fokus und denkst so, ja, du drückst es so und so, dann drückst du es irgendwie falsch. Oder manchmal ist es auch im Spiel falsch, das hatte ich auch schon mal. Dann drückst du es eigentlich so und dann geht's aber anders. Aber ich sollte kein Problem hier im Shop essen. Ja, ne, ist klar, ey. Ja, jetzt weiß ich, wo mein Fehler liegt. Ja, jetzt weiß ich, wo mein Fehler liegt. Aber zweiter ist auch gut. Aber voll knapp, Alter. Ein Goldpokal noch geholt. Ja, es ist jetzt schon wieder vorbei. Es ist so krass, wenn du 150er, 200er spielst, CCM, dass die Zeit immer so schnell umgeht. Führt eine Minute für den ganzen Campo. Yay, da ist er. Ja, das weiß ich. Kommt ihr gefühlt fast immer. Ja, dann ist es vorbei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.